Hallo Liebe! Hallöchen zusammen! Hier eure Sacha und euer Sandhoff von den Car Collectors. Hey Leute, der Release von Stellar Crown war am 13. September, also schon momentär. Aber wir haben gesagt, wir lassen es uns nicht nehmen und wollen trotzdem noch eine ETB aufmachen, denn hier stecken ja immer so ganz, ganz viele richtig coole Sachen drin, wie zum Beispiel die Promokorte, die wir uns nachher mal ganz nah anschauen und natürlich ganz, ganz viele weitere Extras. Nämlich, wir haben acht, neun Booster vom neuen Stellar Crown Set, wir haben Teiler, wir haben Sleeves, neue Würfel und natürlich eine wunderschöne ETB mit Terrapagos, mit dem Terrapagos Mythical Pokémon. Mythical Pokémon. Ich denke mal, wir machen sie auf und gucken uns dann zusammen den Inhalt genauer an. Also Leute, die ETB ist offen und nochmal ganz kurz vorher, hier haben wir ja immer so ein schönes Buch, da war eigentlich der Guide vom Set. Spürchli. Spürchli, genau, mit den wunderschönen Karten, die hier alle in dem Set enthalten sind. Und Leute, was ist eure Chase-Karte? Schreibt es doch oder lasst es uns unten in den Kommentaren wissen, was ist deine Chase-Karte? Habt ihr sie bereits gezogen? Ich suche immer noch nach Crispin oder Crispin oder wie man ihn auch immer ausspricht, den Koch mit der Pfanne. Das ist einer meiner Chase-Karten, den werde ich garantiert noch handen, weil irgendwie, ah, da lodert das Feuer in mir. Ich finde den so cool, wo ich das erste Mal gesehen habe, aus dem Japanischen habe gesagt, den muss ich ziehen. Also bei mir sind es einige. Ich bin mal wieder ein Ultra-Mega-Fan von den SAR-Karten, sei es Galvantula oder der Dax-Bahn, sorry, wie süß ist der. Oder natürlich auch das Terrapagos EX, EX und Briar finde ich auch super. Briar mit dem Diamant, den er gefunden hat oder genauer anguckt. Das sind echt cool, auch die Stadion-Karte. Natürlich ein paar richtig schöne Sachen mit drin. Wir hoffen aus der ETB natürlich was Schönes ziehen zu dürfen und bekommen natürlich schon von vornherein ein paar schöne Sachen mit. Hier, das wollen wir nämlich sehen, nämlich die Ultra-Mega-mäßig schöne Promokarte, die hier mit drin ist. Im japanischen Set war die als normale AR mit drin. Und hier bekommen wir sie in der ETB zusammen mit den Teilern natürlich die Sleeves und die Booster. Neun sind es insgesamt. Genau, und die rippen wir jetzt. Ja, rein in die Booster rein, da auch Daumen gedrückt. Die Sleeves sind ready für, wenn wir was richtig Schönes ziehen. Auch da drückt uns die Daumen und vielleicht noch den Daumen hoch, dann hoffen wir auf richtig schönen Puls. Das sind die Crystal-Look. Wie die Shattered-Eyes-Holos, so ein bisschen in die Richtung. Das sind mega speziell bei den neuen Energiekarten. Supersüßes Eboli. Das Set natürlich wieder voll mit wunderschönen Artworks. Auch hier Trompeten mit dem Set. Sie haben nichts ausgelassen. Die Venusaur EX und Leute, das sind insgesamt drei, beziehungsweise sogar sechs Karten von dem Starter EX-Set, was in Japan rausgekommen ist. Das war so ein Set, ein Starter-Set mit Würfeln etc. Das ist nur in Japan erschienen und die Karten, die sind jetzt hiermit in das Set eingeflossen. Mega, mega cool. Also, ein Booster, ein Pull. Genau, weil das sind ja auch die AR-Karten, das Bieser Samen, Glomanda und Shiggy. Noch so gerne. Die hier mit drin sind, das natürlich auch. Das sind extrem gesuchte Karten, selbstverständlich. Ja, Toad Skulls, sehr nice. Das ist die aus Tentakel, wie ich den immer so schön sage. Unser erster Rundscher, so, dann ist es der zweite Ababarum. Oh, was ist die nächste EX-Karte? Das Melmetal. Und guckt euch den schönen Blick von der Karte an. Melmetal EX. Mit dem Iron Swing. Ist schon ganz, ganz, ganz schön mächtig hier. Sehr. So, also ein Megastart. Ne, schon zwei EX-Karten. So, 200 Damage hier mal aufs Feld knallen. Bam. Mienfuu. Der Rasenmäher. Auch die neuen Pokémon sind vertreten. Trompeten, Trompete. Ein Glas Trompete. Ah, Tragosso. Unsere erste Holo. Credily. Sehr cooles Ur-Pokémon. Auch da, ein paar coole Sachen. Ein paar coole Sachen mit dabei. Auch unter den Holos ein paar Legendäre mit drin. Natürlich haben sie es sich nicht nehmen lassen, da ein paar coole Sachen auch reinzupacken. 151er Pokémon, auch einige drin. Ja. Eben die Berries. Faya-Bäre. Tornados. Oh, ein schönes Celebi. Zwiebelin. Das ist Zwiebelin. Ja, ich glaube, es ist der Wurm. Ja, ich glaube, es ist der Wurm. Jawohl. Alleine die Farbe. Hey, unsere erste SR-Karte, Leute. Es ist der Wurm. Oh, Wurm. I-X. Aber cool, wow. Ey, nein, das nehmen wir. Der Wurm ist immer süß. Auch da natürlich gucken wir uns ein bisschen genauer an. Wunderschöne Struktur auf der Karte drauf. Auch so ein klemantsen Crack-Look. Definitiv im Hintergrund. Schön zu sehen, die Struktur. Sehr nice. Ey, nicer Pull hier aus der ETB, Leute. Die ETB gönnt wirklich sehr. Auch das Set allgemein. Wir haben riesen Spass, das Set hier aufzumachen. Macht wirklich Spass. Es macht richtig Spass. Ebuli. Oh, ja. Let's go. Das sind die coolsten Besucher. Wunderschöne Schigi. Was ist das eigentlich vorher erwähnte Schigi aus dem Starter-Set aus Japan? Und natürlich noch ein schönes Serahora. Mächtig. Oh mein Gott, bist du süß. Schöne Schigi. So viele Taubsis, die hier im Wasser baden lassen. Die das Wasser mit Schigi zusammen genießen. Schöner Pull. Wow. Also die ETB. Wir haben noch vier Booster. Nice. Also der Wahnsinn. Ich würde mal meinen, richtig schick, was hier schon rausgekommen ist. Zack. Und das ist das nächste Booster. Chunk. Varum. Lilip. Kofu. Slowking. Die Zwiebel. Und der erste Reverse-Holo. Oh, da passt der. Hier haben wir den Crispin. Oh, und der schöne Iron Boulder. Future und Ancient-Karten sind natürlich in dem Set auch noch mit drin. Auch da ein paar sehr, sehr spielstarke Karten mit drin für Terralized-Karten. Alles, was Crystallized, Terralized, Crystallized, äh, Crystallized, Terra-Kristallisiert. Terra-Kristallisiert, genau. Terraform. Meditie, Meltan, Scorbunny. Einige Starter. Medibar. Käfer. Auch schöne Bullard-SAR-Karten, die hier drin sind. Vielleicht sehen wir noch mal eine von denen. Klang. Und die nächste Holo. Grimmsnarl. Wow, und hier auch der japanische Hintergrund geht fast unter. Oh, das stimmt. Richtig aus einem japanischen Zwischengang irgendwo in den Straßen. In den dunklen Straßen von Japan. Genau, ja, es geht in die Richtung. Sorry, Leute, aber Grimmsnarl hat immer einen Hauptauftritt. In irgendeinem Anime. In den letzten Sets war es irgendwie bei Attack on Titan. Und hier sind wir schon bei Demon Slayer. Könnte ein Bösewicht aus Demon Slayer sein. Der eine Dämon, der halt in dem Haus ist, wo auch die japanischen Tür. Der Trommeldämon, genau. Nice. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht von ihm, aber... Der Trommeldämon, ja, genau. So, an das erinnert er mich gerade. So, Gossipleur. Lanthorn. Tadeos Tentakel. Dianzi. Lydian. Luminium. Und nochmal der Holo. Rhyperior. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Und... White Wall. Last Pack Magic. Aber die Pulse können sich definitiv sehen lassen. Das hat sich jetzt schon gelohnt für eine ETBs sehr, sehr heiß. Ja, ich muss sagen, die ETBs sind teilweise richtig durchzogen. Bei uns haben sie immer die letzten paar Jahre nicht so gegönnt. Auch bei uns im Shop immer wieder gut gegönnt, die ETBs. Bei uns im Shop. Aber wir hatten immer so ein bisschen Pech. Wir persönlich. Das stimmt, ja. Aber ich meine jetzt allgemein. Das Set Stellar Crown hat wieder richtig schön gegönnt. Ja. Und unsere letzte Holo. Ist ein Dreadner. Sehr nice. Schön gezeigt. Auch die nehmen wir natürlich gern für die Sammlung. Leute, ich würde meinen, hat sich gelohnt. Also vor allen Dingen hier. Das sind ja unsere Pulse. Richtig. Nice. Eine SR2EX und eine wunderschöne AR hat es gegeben. Und hier natürlich Noctowl. Richtig schön mit der Sammlung seiner gefundenen Kristalle ist hier mit drin. Süß. Ja. Das ist natürlich richtig nice. Cool. Die ETB kann sich definitiv sehen lassen. Macht sich in jedem Regal natürlich auch ein kleiner Hingucker. Da glitzert es. Da glitzert es. Cool. Der ganze Inhalt der ETB auch nicht vergessen. Die Würfel, Staggers und natürlich die wunderschönen Sleeves mit dabei. Das ist der Inhalt und die Pulse aus der neuen Stellar Crown ETB. Leute, ich würde mal meinen, danke euch vielmals fürs Zugucken. Bleibt auf dem Channel. Wir machen immer wieder mal was auf. Und guckt mal vorbei bei uns im Shop. Oh, unbedingt. Wir würden uns riesig freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Hey Leute. Ganz viel mehr öffnen, zusammen rippen. Unbedingt. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao, ciao. 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 Ciao.